Noch sind es Freunde. Denn heute werden unsere beiden Händler, Valdi und Ludwig, zu Rivalen. Ihre Aufgabe? Für jeweils 1000 Euro müssen sie auf einem Antikmarkt 5 Raritäten kaufen. Wenn es um noch der Ware geht, ja, dann müsste ich gewinnen. Anschließend versteigert Wolfgang Pauritsch meistbietend die Händler-Raritäten. 390 sind geboten, erst drei. Wer am meisten erzielen kann, hat gewonnen. Der Wolfgang macht das ganz gut. Horst, Ludwig und Valdi sind heute in einem speziellen Auftrag unterwegs. Herzlich willkommen bei Bares für Rares. Ja, Sie gucken richtig. Sonderausgabe. Wir sind heute nicht in Köln, in unserem geliebten Hallen. Nein, wir sind in Belgien und zwar in Tongeren. Aber, ihr zwei Lieben, ich habe die Taschen voller Geld. Heute bekommt ihr mal ein Spielgeld von mir. Jeder 1000 Euro. Vielen Dank. Und ihr dürft jetzt mal das tun, was ihr am besten könnt. Suchen, finden, einkaufen, verhandeln, mangeln, tun. Kauft ein und macht es euch schön. Ich freue mich schon drauf. Bis nachher. Luki, soll ich dir noch was geben? Du gibst immer mehr Geld draus. Einer da lang, einer da lang. Alles klar. Gutes Gelingen, mein Freund. Hau rein. Klingt alles gut. Ja, ich dir auch. Noch sind es Freunde. Mal gucken. Ich gehe hinterher. Händler-Duell bei Bares für Rares. Jeder soll für ein Budget von 1000 Euro einkaufen. Und zwar 5 Raritäten. Diese werden dann später auf einer speziellen Auktion für einen guten Zweck versteigert. Ich denke mal, der Luki hat die 1000 Euro ganz schnell weg. Weil der läuft ja nicht weit. Die 1000 Euro sind in 10 Minuten weg. Das geht ganz schnell. Einen Schlachtplan habe ich natürlich. Da ich den Markt sehr gut kenne, weiß ich, wo die Privatleute stehen. Und da marschieren wir zuerst hin. Auf ins Getümmel. Möge die bessere Spürnase gewinnen. Denn wer die außergewöhnlichsten Schnäppchen findet, kann sie später auf der Auktion hoffentlich mit Gewinn verkaufen. Also ich muss sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob Valdi und Ludwig schon irgendwann ergattert haben. Müsste hier nicht schwer fallen. Also ich könnte alles, glaube ich. Alles. Bei dieser riesigen Auswahl sollte doch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ja. Ludwig, da bist du ja. Ja. Mein Gott, der Waldi ist mir weggelaufen. Oh, was ist das? Ich habe eine schöne Lampe gefunden. Eine Lampe ist das? Ja. In der Kirche von der Kirche. Habe ich noch nie gesehen so was. Ich sehe um 1860. Aber die Ketten fällt. Ja. Spannendes Objekt. Was fehlt, ist die wahres für rares Expertise. Interessant. Interessant. Könnte mir auch gefallen. Wie teuer darf denn so was sein? Ah, da würde ich, ich würde es doch 50er bezahlen. 50er? Ja, 50er. Wie teuer ist es, wenn man es verkauft? Also schon 200, 300. Ich weiß nicht, was die Dame sagt. Kommen Sie mal her zu mir. Ja. Gnädige Frau. Kannst du eigentlich Französisch? Nein, keine Sprache. Schön, das wird spannend. Ich komme an Bairisch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Ah, das ist schön. Ihr spricht Bairisch. Bairisch ist meine Hauptsprache. Aber ich komme auf der ganzen Welt durch. Ich komme da mit jedem zurecht. Und wenn ich mit Händen und Füßen arbeite, dann komme ich auch noch zurecht. Wie teuer ist so was? Das ist 60 Euro. Das ist aber viel. Da fehlt aber was, oder? Nein, das sind die Ketten. Die Ketten. Ach so. Ja. Gut, ich schalte mich jetzt mal raus. Ihr zwei verhandeln wir in Ruhe. Ich gucke hier von der Ecke zu, Ludwig. Was wäre jetzt Ihr letzter Preis? 50, von Ihnen. Ludwig muss ich kaufen. Das muss ich kaufen. Ludwig, unbedingt. Unbedingt. 30. 30. Nein, nein, nein. Oh, Ludwig, das ist unverschämt. Nein, gib mir die 50. Nein, ich mach das als Hobby. Ich hab nicht zu viel drauf. 50. Der Preis ist fair. Absolut. Und der Krug da hinten. Das Geschäft für die Ampel ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt startet Ludwig Hofmeier ein Ablenkungsmanöver. Und was wär da der letzte Preis? 45. Was haben wir gesagt? 55 und? Dann macht man 90 alle zwei. Dann sind Sie zufrieden. Ich bin kinkig. Ne? 90, oder? Vor zwei. Das ist viel. Ist gut. Ist okay. Ne? Dann geb ich Ihnen nichts. 90. Ludwig, komm her. Ich bin ja hier. Oh, der ist aber euch. Ich helf ihm so ein bisschen. Ich bin der nicht. Ach. 80. Ja. Die Ampel, finde ich, ist sehr schön. Ist auch dekorativ. Hing sicherlich in der großen Kirche. Ist nicht aus der kleinen Kirche, weil sie auch dementsprechend groß ist. Hat wunderschöne Puttis, was sie sehr attraktiv macht. Und der Preis, den Ludwig bezahlt hat, 50 Euro, finde ich sehr, sehr wenig für diese Ampel. Ich würd Sie schätzen auf jeden Fall auf 300 Euro in diesem Zustand auch. Schön. Ich bedanke mich. Ich auch. Danke auch. Die ersten zwei Gegenstände für insgesamt nur 90 Euro. Da bleibt Ludwig noch ordentlich Restgeld übrig. So Ludwig, jetzt musst du mir aber eins erklären. Du warst doch hier drauf richtig verrückt. Wieso hast du jetzt diesen Krug gekauft? Folgendermaßen. Ja. Den Krug hab ich praktisch schon so noch mit dazu gekriegt. Ja. Weil die Lampe gut ist und da hat man einen guten Preis gemacht. Dann hat man gesagt, naja, mach mal den Krug mal dazu. Ist ja schöner. Im Prinzip hast du sie jetzt abgelenkt mit dem Krug von der guten Lampe. Ganz genau. Ganz genau. Abinierter Typ. Ja. Ludwig, ich bring's weg. Viel Spaß. Ich find dich. Bis nachher. Ja. Auch Walter Lehnerz ist auf der Suche nach seinem ersten Schatz. Das ist speziell. Aber malen konnte. Hey, jetzt überlegt mal. 150 Euro kostet die Kiste. Dafür kannst du die Kiste nicht selber bemalen. Das ist ein Hammerpreis. Eigentlich ein tolles Schnäppchen. Doch Waldi zögert noch. Das Angebot in Tongeren ist einfach zu groß und vielfältig. Also einen besseren Platz gibt's nicht, um rauszufinden, wer die bessere Spürnase hat. Der bessere Feingefühl im Einkauf. Waldi oder Ludwig. Hier könntest du zeigen, was ein Händler wirklich drauf hat. Ich bin gespannt, wer mehr aus seinem Geld macht. Wow, was ist denn da? Denn nicht vergessen, wer bei der späteren Auktion für seine fünf Objekte den höheren Erlös erzielt, hat gewonnen. Das ist aber realistisch für eine Tablette dieser Größenordnung. Ja gut, aber das ist schon... Ja, aber es ist auch deutsch. Ich gebe dir 200. 200 mehr kann ich nicht geben. Mir fällt das Geschirr dazu, zum draufstellen. Ich danke Ihnen für Ihre Offer, für Ihr Angebot. Das ist 275. Der Händler ist nicht ganz abgeneigt. Der lässt sich vielleicht noch ein bisschen erwärmen. Und falls nicht, gibt es an dem Stand noch genügend andere interessanter Dinge. 250, da ist es bezahlt genug. Dann brauchst du nicht immer runter, oder? Ein schönes Tablett geht immer. Und da ist der Ludwig eigentlich auf sicherem Kurs. Das lässt sich immer verkaufen. Ich bedanke mich. Kein Problem, ich auch. Ich brauch gar nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da habe ich doch was erspäht. Waldi ist immer noch auf der Suche nach seinem ersten Schnäppchen. Monsieur, was nimmst du hier für? Das sind Zaunteile oder Torteile. Aber die Mittelstreben scheinen zu fehlen. Was kosten die hier? 180. Boah. Das ist groß. Also ein 100, da gebe ich dir für alle. Nein, das geht nicht. 150. Waldi, kannst du machen. Kannste machen. Kannste machen. 150 ist okay. 130, komm. Nein. Komm. 135. 150. Das ist der letzte Preis. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Das ist noch in 30 Euro. Das Kreuz ist nicht schlecht, Waldi. Das Kreuz ist nicht schlecht. Mit dem Kreuz holst du das raus. Was kostet Kreuzler noch dabei? 120. Letzter Preis. 270. 250 ist besser. 250 die zwei. Hand drauf. Wunderbar. Also Lucci hätte dieses Kreuz mit absoluter Sicherheit nicht gekauft. Das ist eine typische Ware für Waldi. Weil Waldi hat auch immer die Assoziation zu Baumaterialien. Und das gehört in diese Kategorie. Da kann man was draus machen, da kann man was draus bauen. Das kann man irgendwo aufstellen im Freien. Ludwig ist da mehr der Sammler oder mehr der Volkskunstbegeisterte. Und das fällt nicht in diese Kategorie. 250 Euro für ein Wegekreuz, was du super auf eine Säule setzen kannst. Und hier machst du dir ein super Gartentor. Die Dinger seinen Strahlen, die kriegst du ja nicht mehr zu kaufen. Das ist ein Schnapper. Heiligenfiguren. Hier ist Ludwig in seinem Element. Und seine Händlernase wittert ein lukratives Geschäft. Was kostet die Figur? 300. 300. Ja gut, Ludwig. Gut. Das ist Holz. Ja. Das ist der Rochus. Rochus, ja. Rochus ist das. Ja. Kann ich mal sehen. Ja. Ich finde auch 300 Euro. Ist auch nicht zu teuer. Da gibt's einen Rochus, einen Bacchus. Ja. Ist so um 1800. Früher ist der nicht, barock ist der nicht. Nein, barock ist der nicht. Ja. Barock ist er nicht, aber ein bissel. 1850 ist er, Ludwig. Walter Lennertz ist auf vielen Antiquitäten und Flohmärkten zu Hause und ist somit der perfekte Einkaufsführer für Horst. Walde, jetzt bin ich ja nicht so ein wahnsinns Flohmarktgänger. Hast du so ein paar absolute Insider-Tipps für mich? Wo darf man auf keinen Fall hingehen? Wo soll man hingehen? Da kannst du gar nicht reingehen. Warum nicht? Da ist ja jetzt eine riesen Halle voller Antiquitäten. Ja, so, da ist aber zu 70 Prozent alles gefaked. Alles neu. Deko-Trend. Hey, die ganzen Uhren. Also ich will jetzt nicht sagen alle, da sind ein paar Jute dabei, aber 70 Prozent. Sind denn auf so einem Markt überhaupt sehr viele, die gefälschte Sachen verkaufen? Deko-Trend. Das ist auf alt, aber ist neu. Und das nennt sich Deko-Trend? Das nennt sich Deko-Trend. Da bezahlst du auch Geld für. Ja, ja. Muss ja gemacht werden, das Zeug. Und die machen es ja auch gut. Es ist ja hochwertig. Was ist denn mit der Türe da zum Beispiel? Die hatte ich eben auch schon im Auto. Weil die finde ich zum Beispiel auf Anhieb richtig toll. Die, ja. Zu teuer? Nee, ich hatte eben mal gefragt. Ich meine, ich wollte 150 haben. 150? 150. Meine ich, der oder unten stehen nochmal welche? Zeig mir. Irgendwo hatte ich gefragt. Aber die gefallen mir auch ganz gut. Ja. Ja. Haben sie da schon mal reingeschaut? Naja. Noch nicht? Dann wussten wir auch nicht. Da kann was gedreht sein. Die haben sie frühes ausgeholt, damit die Figur nicht reißt. Weißt du nicht? Mit dem haben sie einen Deckel drauf gemacht. Da haben sie dann immer das Gelb versteckt. Ja. Versteck mich, die sind noch drin. Ja. Dann schauen wir mal. Ja. Was können wir jetzt mal. Das Bild ich nenne. Ein Hunderter. Naja. Das können wir doch machen. Nein. Minimum 250. Minimum? Ja. Das ist mir zu teuer. Nein. Warum? Nein. 250 ist mild. Geh nicht. Ich komm mir nicht zum Kauftuch nehmen. Wer eine heiligen Figur? Ja. Kauftuch nehmen wir. Jetzt sag ich ihnen noch was. 200. 200. Und sie kommen gut im Fernsehen. 200 ist klar. Nein. 250. 220. 220. Bekommt Ludwig den Zuschlag? Ja. 220. Ich weiß nicht. Das weiß ich doch. Nicht schlecht, Ludwig. Hast du gut gemacht. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Jetzt hab ich einen schönen Rohrhus. Ja. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt noch feiern. Der Bursch. Also es ist schon sehr erstaunlich, dass Ludwig sofort erkannt hat, dass es sich bei dieser heiligen Figur um den heiligen Rohrhus handelt, weil die Figur eigentlich relativ selten ist und man eigentlich hier nur an der Pestwunde, die er an seinem Fuß hat und an den beiden Pilgermuscheln, die er auf seinem Gewand trägt, erkennen kann, dass es sich um den heiligen Rohrhus handelt. Kleiner Mann, großer Fang. Horst stößt derweil auf das ein oder andere ihm bekannte Küchenutensil. Und Waldi? Er folgt weiter einem eigenen Schlachtplan. Er kennt sich auf dem Markt in Tongeren von früheren Besuchen aus. Und jetzt gehen wir shoppen in meine heimlichen Gefilde. Da kann immer mal ein oder zwei richtig gute Teile sein. Dann gehen wir jetzt mal in die Tiefgarage. Jawoll! Dann ab in den Untergrund. Hier gibt es Sonntags Antiquitäten und Kuriositäten statt parkende Autos. Das ist ein Ofen mit einem Vorsatz davor. Das hier für Funkenflug. Aber der ist auf Gas betrieben. Das ist dann nur ein reines Dekostück. Ludwig hat schon wieder etwas entdeckt. Aber er darf nur noch ein Objekt kaufen. Ja, ich hab jetzt noch 440 Euro. Und da möchte ich jetzt noch einen Schnapper machen. Und dann bin ich zufrieden. Doch was Ludwig nicht weiß, in der Zwischenzeit ist ein Malheur passiert. Ludwig, ich muss dir was beichten. Guck mal. Aber den hast du doch nur gekauft, damit du die Lampe kriegst, oder? Ja. Der war nicht wertvoll, oder? Der ist dreigegangen. Ja. Da hab ich einen 40er. 40 kann bezahlen. Weiß ich. Die hab ich hier. Entschuldigung. Mach nix. Ich flick mir den für zu Hause. Na ja, du hast ja die Lampe. Ludwig tritt's mit Fassung. Immerhin hat er ja schon ein Objekt mehr als Walli. Hör mal, mein Freund. Hast du die Zähne geputzt? Schön. In den Tiefgaragen gibt es außer wilden Tieren auch das ein oder andere fromme Stück aus der geistlichen Welt zu entdecken. Altar, Mitte 19. Jahrhundert, Monstranz vermutlich. Also hier haben wir ein Hausaltar. Der ist aber neu. Der ist nicht alt. Aber halt auch dekorativ gut. Fehlen ein paar Teile. Das Messing. So? Ja, richtig pompös. Aber, ne, gehen wir mal weiter. Natürlich ist es schwer, so ein Altar wieder zu verkaufen. Aber der Preis wäre interessant gewesen, was es kostet. Dementsprechend hätte man agieren müssen. Kaufen oder nicht kaufen. Tiefgarage war eigentlich ganz gut. Viel Kleinzeug, aber halt leider nichts für die Versteigerung. Für die Versteigerung sucht Walli nach etwas Auffälligem. Und selten sollte es auch sein. Dafür braucht man außer Erfahrung natürlich auch etwas Glück. Also ich muss sagen, hier sind richtig schöne Sachen. Ich würde ja am liebsten selber mal richtig zuschlagen. Kein Wunder bei über 350 Ständen im belgischen Tongeren. Bin mal gespannt, was die zwei hier finden. Also ich würde mich hier tot kaufen können. Auch mit Ludwig geht die Kaufleidenschaft jetzt durch. Ah ja. Was ist das? Schwein? Ein Walross? Ne, ein Walross ist es auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein kleines Schwein ist. Ein Schwein könnte auch ein Hund sein. Chinesisches Fabeltier. Das ist mein Tipp. Ja, die muss ich mitnehmen. Das geht noch. Sein Hase. Was willst du jetzt da von mir? Hä? Jetzt machen wir mal einen guten Preis. Guten Preis. Aber wirklich. Bester Preis? 150. Ah, das ist meinst du auch. Ehrlich? Aber wenn ich, soll das ein Schwein sein oder ein Hase? Oder ein Fabeltier? Ein Fabeltier, oder? Ein Fabeltier, ja? Ein Fabeltier. Ja. Nee. Ein Wasserhahn. Was? Hat er im Garten Öl gefunden, dass er das ernten möchte? Hör mal, Horst. Aha, Aldi, da bist du ja. Hey, das ist ein Wasserhahn. Ja, jetzt ohne Quatsch, wenn du eine Heißwasserinstallateur hast und hängt sich das an den Giebel dran. Ja, da hast du keinen Sinn für. Ich weiß. Der ist geil, das Ding. Der ist doch nicht einfach. Ja. Der guckt sich tatsächlich wie ein Wasserhahn an. Ja. Der ist ein Wasserhahn. Mir gefällt es. Verrückt. Das ist egal. Sowas kann nur der Waldi kaufen. Was glaubst du nicht. Was kostet der Wasserhahn hier? 450. Ach komm, jetzt behalte Nerven. Das ist doch dein Geld. Ja klar, du weißt nur, dass ich den gerne hätte, aber 450 ist effektiv zu teuer. Ja, also 200 hier bist du ja. 200 hier bist du ja. Ich muss den ja auch transportieren. Nee, kann ich nicht. Das läuft zäh an. Auch bei Ludwig stockt die Verhandlung. Ja, jetzt pass mal auf. 150 ist mir zu teuer. Ich muss es nicht noch ein bisschen billiger machen. Nein, geht nicht. 150 ist der beste Preis. Normal ist es schon billig. Es ist doch nicht billig. Nein. Ein besonderes Teil, ne? 150. Du sollst auch nicht recht haben. 140. 140. Okay. Hast du nicht recht? Ja. Nein, die gibt da 140. Wahrscheinlich stammt diese Figur aus China. Zum einen, weil Rosenquarz in China vorkommt. Zum anderen, weil dort die Steinschneidekunst wirklich eine Volkskunst ist. Und zum anderen auch, weil sie Feng Shui-Interessierte anspricht. Rosenquarz ist ein wichtiger Heilstein und der fördert die Kommunikation in der Partnerschaft und die Harmonie natürlich im Hause. Und dieses Stück eignet sich wunderbar als Türstopper. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es hier Interessierte finden wird. Auch Waldi lässt nicht locker. Ja. Also komm. 350. Die geb ich dir. Ja. Und dann ist Feierabend. Du brauchst nicht mehr einladen. Okay? Das ist deine. So, so lobe ich mir das. Also wir haben hier einen riesen Wasserhahn, einen wirklich riesen Wasserhahn aus Glasfaser gefertigt. Weil ansonsten hätten die beiden Jungs das Teil nicht einfach so leicht tragen können. Wofür es ursprünglich mal gedacht war, keine Ahnung, der Verkäufer hat keine Geschichte dazu gehabt. Irre wäre es natürlich, wenn sich nachher herausstellt, das war mal ein Kunstobjekt und stand auf irgendeiner Ausstellung und ist nachher Tausende von Euro wert. Das gibt eine Schlagzeile. Lichter wurden vom Wasserhahn erschlagen. Tja, aber such dir das nächste Mal einen anderen aus, mit dem du auf den Flurmarkt gehst. Gost, schau mal hier. Ach du Scheiße. Ja, Elefantenfuß. Aber der ist nicht echt, oder? Original. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Schau mal da her. Original, da schau. Ach du Scheiße. Ja. Sag mal, aber die darf man doch gar nicht handeln. Das ist doch verboten. Nein, Erdenschutz. Die haben in der Früh die Füße abgesägt. Nein. Dann haben sie jetzt einen Einsatz reingemacht. Ludwig, ich finde soweit ja eigentlich nur ein Problem. Das ist so extremst eklig, wenn ich mir das überlege. Sag mal, würdest du soweit kaufen? Nein. So was würde ich nicht kaufen. Nein, aussieht. Also ich finde es auch wirklich unästhetisch, soweit überhaupt zu verhalten. Ja. So was kauft man nicht. Komm, geh mal weg. Nein, das will ich jetzt nicht mehr sehen. Baldi? Ja. Oh, die ist schön. Wodraus ist die gemacht worden? Kirchenbänke. Nein. Das sind aus Bett. Aus einem Bett ist die Kiste gebaut worden. Du meinst, sie ist falsch. Nein, nein, die ist nicht falsch. Das Holz ist alt. Aus Bettseiten werden die gemacht. Das ist der Rücken vom Bett. Ach. So. Und dann werden die Seitenteile genommen, hierfür. Und dann wird da eine Bank draus gemacht. Weil das Holz ist alt, aber du siehst ja das Klavierband. So, die kostet jetzt 280 Euro. Ach so. Hast du denn ein Klavierband jetzt gesehen? Hier an dem? Ja. Weil wenn das alt wäre, wären wir normale Scharniere. So, aber das haben die früher viel gemacht. Da spricht ja auch nichts dagegen. Nein. Es ist altes Holz. Und dann haben die die gemacht. Weil die ist ja wirklich jetzt schön, wenn ich die sehe. Die ist super dekorativ. Du kannst die auch schön in die Diele stellen. Die sind toll. Und 280 Euro ist ja kein Geld. Das ist kein Geld. Nein. Aber man muss schon dabei schreiben, ist eigentlich... Das ist eine Bank. Das ist eine Bank. Ja. Da löst doch keine. Eine alte Bank. Das Holz ist alt, die Bank ist alt. Also ist alt. Ja. Es ist halt nur umgebaut. Umgebaut. Aber 280 Euro ist doch nicht teuer. Nein. Da ist ja viel Arbeit dran. Ja. Ja. Wäre das nichts für die Versteigerung. Nein. Pass auf die, die das kennen, wissen, dass das ein Bett ist. Dann muss ich ja eine Originale haben. Wieder nichts. Also geht die Suche für Waldi weiter. Da bist du ja, Ludwig. Wie sieht es bei dir aus? Du, ich habe da ein bisschen Geld. Wie viel, ja? Ja, so 300, 300. Ja. Du hast es schon schön rausgegeben, ja. Ja. Jetzt möchte ich noch in die Halle rein, weil da war ich noch... In die Halle, ja? Vielleicht kann ich einen Schnappen machen. Pass auf, jetzt gebe ich dir einen Insider-Tipp. Ja. Der ist nämlich von Waldi. Ich war eben hier mit Waldi vorbei. Ja. Und er sagt, Waldi, warum gehst du nicht in die Halle rein? In der Halle sitzt so geheiratet. Und er meinte für mich, Horst, in der Halle nur nachgemachtes und viel zu teuer. Ah, da hat er nicht reingegangen. Der ist nicht mit mir reingegangen. Da sind ja die besten Sachen drin. Die besten Sachen? Ja. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber man kann ja auch nicht. Ja, da gehen wir rein. Ja, da kommen wir rein. Das will ich es wissen. Aber Waldi hat mir wirklich gesagt, geh da nicht rein. Das ist kein Wirt einmalig. Das wird bestimmt auch Horst gefallen. Hier gibt es allerlei Kleinkram und Glänzendes. Du hast schöne Sachen, Sanderin. Ja. Oh, da habe ich jetzt einen Silber. Silber. Da gehen wir rein. Ja. Ich denke, dass das alles echtes Silber ist. Wieso denkst du das? Weil ich das sehe, das ist kein Blödet. Das ist jetzt ein Stand. Das sieht man schon an der Farbe. Das sehe ich am ganzen Glanz. Schönen guten Tag. An der Frau sehe ich das. An der Frau? Ja. Du hast an der Frau gesehen, dass das echtes Silber ist. Ja, das sehe ich. Hallo. Hallo. Ich muss mir mal genau die Frau angucken. Ja. Woran hast du das jetzt genau erkannt? An den Augen, an den Blöden? Ja. Die Dekoration Genesis ist beschrieben. Ja. Alles ist massiv im Silber. Massiv Silber. Ja. Massiv Silber. Dann gehen wir mal. Massiv heißt 999er. Nein. Nein, nein. Doch Silber 800, Belgien Silber 800, Englisch Sterling. American Sterling 925. Ja. Ja. Fantastisch. Ja, ich werde mir da jetzt ein Teil aussuchen. Das ist Amerika, das ist Sterling. Das ist 925 Silber. Höchste Silber an? 925. Und was kostet so was? Das ist Sterling. Nein, 925. Wir fragen 600. Aber eine schöne Arbeit ist es. Du wusstest, es ist getrieben, handgetrieben ist es. Also es ist nicht gepresst worden? Nein, nein, das ist handgetrieben. Woran hast du das jetzt sofort erkannt? Das sehe ich. Das ist nicht eine feine Sache. Aber bewertet man normalerweise nicht bei so Silbersachen immer das Gewicht? Nein, das geht ja nicht. Besonders schön. Na Gott, da kann ich nicht den Silberpreis reden. Weil Silberpreis hierfür wäre jetzt wie viel? 200 Euro? 200 Euro. 200 Euro wäre der Silberpreis. Ja. So, jetzt kostet aber 600 Euro. Ja, wir fragen 600. Ich kann einen guten Preis machen. Wir können einen guten Preis machen. Ja. Und das ist Rita and Barton. Sie sind sehr bekannt in Amerika. Eine bekannte Firma amerikanische Firma. Aber 600 Euro? Ich biete Ihnen 200 Euro. Das kann ich nicht. Das kostet mir mehr. Das kostet nicht mehr. Ja, ja, ja. 220? Nein, nein. Das kostet mir 300, wenn Sie mir eine Hand geben. Dann gebe ich Ihnen 300. Ja, okay. Gut. 300 ist auch schon ganz gut bezahlt. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, genau 300. Abgezählte Stimmkirrige Frau. 600 Euro waren gefragt. Es ist sehr edel, es ist handgetrieben. Es ist aus Amerika, es ist Stirling Silber. Wunderschöne Arbeit. 600 Euro. Und er bezahlt 300. Ich habe gar nicht mitbekommen, wann das passiert ist. Das ist richtig. Danke schön. Danke wiedersehen. Die Verkäuferin hat sehr gut gehandelt. Sie hat für Lucky keinen Händlerpreis gemacht. Sie hat die Schale zu einem für sie guten Preis von 300 Euro verkauft. Und ich denke, auf der Auktion lässt sich etwas Gewinn erzielen. Aber er wird nicht allzu groß sein. Realistisch könnten 400 bis 500 Euro da mal herumkommen. Waldi hängt hinterher. Ihm fehlen noch zwei Exponate. So langsam muss er sich entscheiden. Die ist gut, aber zu teuer. Wie viele habe ich denn jetzt? Ja, ich muss noch einen Teil kaufen. Zwei, vier, sechs. Jetzt kommt wieder der Trick mit, ich habe noch so viel. Du bist schon am zählen, Waldi. Scheint ein Torgold zu sein, ne? Horst denkt sich, wie sollen wir die nach Hause kriegen? Ach, guck mal an. Da kann man links und rechts sitzen. Was ist der letzte Preis? Mach mir ein Angebot. Pass auf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Die Fliesen sind alle gleich, nur die ist kaputt. 300. Cash auf die Hand. Da kann man nichts gegen sagen. Aber kann ich nicht machen. Warum nicht? Weil ich mehr bezahlt habe. Mehr bezahlt? Ja, ich glaube, 325 dafür bezahlt. 325 bezahlt, Waldi. Pass auf, 3,50. Ah, okay, 3,50. Scheiße. Er muss rechnen, weißt du? Auch Waldi muss genau kalkulieren. Er benötigt schließlich noch genügend Geld für ein fünftes Objekt. 3,50. So. Super. Das nenne ich mein Geschäft. Zähl mal bitte nach. Ich hab jetzt zweimal schon gezählt. Waldi wird immer besser und besser. Hey, den Lucky gebe ich den Rest zwar mit dem Wasserhahn, aber das hier, das bringt man richtig. Also wir haben hier eine Eichenbahnhofsbank wahrscheinlich um 1900, 1910. Ich denke mal, dass sie nicht aus Deutschland ist, sondern eher aus dem englischen Raum kommt. Diese Bank hat es ermöglicht, auf den Gleisen, also man hat ja meistens ein oder zwei oder auch drei Gleise gehabt, dass die Bank dann dort in der Mitte stand und man konnte die Rückenlehne wenden. Also wenn jetzt einer auf den Zug auf Gleis 1 gewartet hat und dann war kein anderer mehr da und dann musste einer auf Gleis 2 warten, dann hat man einfach die Rückenlehne umgekippt. Ist ein sehr schönes Stück, ist außergewöhnlich. Die normalen Bahnhofsbänke bei uns in Deutschland sind etwas schlichter gehalten aus der Zeit. Von daher denke ich England. Das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass bei Waldi alles so schwer ist. Ja, das nützt nichts, Horst. Das hat mir keiner gesagt, dass ich so schleppen muss. Ja, ich denk der Waldi, die werden halt große Teile gekauft haben. Ich lass mich überraschen. Ich kann doch nicht so viel sagen. Ich lass mich überraschen. Das ist cool. Ich muss noch ein gutes Teil finden. Keine Wanne, keine Holzwanne holen. Ein Bild. Ist aber nicht gut gemalt. Etwas Gutes für 50 Euro? Nicht leicht. Horst, jetzt zählt das. Ja, ja. Jetzt wird es eng. Sehr schwieriger Patient. Ich glaube, ich gebe nichts. Wie läuft es dann bei dir? Ganz schnell. Ich wollte mal fragen, wie läuft es bei euch? Ganz schnell. Ich hab noch einen Pfuffi übrig. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ich muss noch ein Teil kaufen. Da findest du doch noch was. Schauts ein bisschen rum, da findest du noch was. Ich hab schon jede Menge davon. Du hättest noch keinem davon. Der wollte, ich tu sie euch schwer. Schau mal, du. Und ich hatte so einen Spaß am Anfang. Was ist dein letzter Preis? Der letzte Preis, ich kann 40 Euro, kann ich euch machen. Immer das Schloss ist kaputt. Ja, dafür, also auch die kleine Preis auch. 30? Nein, kann ich nicht. Dann habe ich nichts gewonnen. Muss ich 40 für haben. Das ist aber ein tolles Angebot. 40 Euro. Für ein wunderbares, kleines, apartes Nähkästchen. So, mein letztes Teil. Was hast du denn jetzt gekauft? Ja, komm. Mehr war jetzt nicht mehr drin für ein Pfuffi. Gratulation. Gutes Auge, Waldi. Hast du halt geprüft, ob das alte ist? Ja, komm, das ist gut. Was ist das denn überhaupt? Nähkästchen, komm. Jetzt haben wir mal was Leichtes zum Schleppen. Ja, sehr schön. Hier, ich gebe dir schon mal den Zehner, den ich zu viel habe. Ja, ist in Ordnung. Er lernt. Er lernt. Er lernt. Es müsste natürlich aufgearbeitet werden, aber es ist alt, es ist eine Antiquität. Es stammt mit Sicherheit aus der Zeit vor dem Historismus. Also Spätbiedermeier, 850 möchte ich hier datieren. Aber es ist ein richtig gutes Schnäppchen, was er da gemacht hat. 40 Euro, ein sehr guter Preis. Und hier wird er auf der Auktion, schätze ich, 200 Euro erzielen können. So, jetzt sind meine zwei Spürnasen wieder zurück und können mal gucken, was der jeweils andere geschafft hat, für 1000 Euro zu kaufen. Und Ludwig, was sagst du zu der Ausbeute von Waldi? Ja, das ist nicht schlecht. Was sagst du zu dem Wasserhahn? Der Wasserhahn ist nicht schlecht. Man gefällt mir am besten die Bank. Man merkt schon, dass ihr Freunde seid. Am besten gefällt mir die Bank. Die Bank ist okay, aber der Wasserhahn? Ja gut, für mich Scheißdreck. Ja, dat wollte ich nur wissen. Aber ich wollte nicht. Hör mal, dat ist ja wohl ein ausgefallenes Stück. Komm jetzt lass den mal. Was sagst du denn zu den Sachen, die der Ludwig gekauft hat? Pure Silber. Silber ist gut. Wie hast du zu meinem Wasserhahn gesagt? Scheißdreck. So, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf die Versteigerung. Weil die kommen ruhig mal näher, du musst keine Angst mehr haben. Wir sehen uns in Kürze wieder, wenn all diese Dinge versteigert werden. Und dann erst zeigt sich, wer gewonnen hat. Das Battle. Vielleicht der Wasserhahn oder Silber? Ich bin gespannt. So, und jetzt guckst du, wie du den scheiß Wasserhahn in Lkw kriegst. Ja, ich muss jetzt erst mal das Auto hier hinbringen. Ludwig ist ruckzuck fertig. Zack, fünf Teile. Und wir können los, ne? Genau. Von Tongeren in Belgien nach Köln. Hier kommen die Schätze drei Wochen später unter Wolfgang Paulitz Hammer. Heute ist der große Tag. Jetzt wird sich zeigen, wer von meinen beiden Händen hatte den besseren Riecher. Wer wird mehr Gewinn erzielen mit seinen unglaublichen Stücken, die er ergattert hat. Und den Gesamtgewinn darf er natürlich auch vom Verlierer mit einstreichen. Und für einen wohltätigen Zweck, den ihr selber bestimmt, spenden. Für die Versteigerung haben wir den Besten der Besten tatsächlich überreden können, heute dabei zu sein und die Versteigerung zu leiten. Wolfgang Paulitz, lieber Wolfgang, du hast schon mal einen Blick drüber werfen dürfen, was sagst du zu diesen unglaublichen Stücken? Unglaublich ist das richtige Wort. Es sind einige Teile dabei, die sind wirklich sehr gut. Antiquitäten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aber einige Teile auch, wo ich mir denke, ein Zauberer wäre besser am Platz wie ein Auktionator. Wolfgang, ich kann kaum abwarten. Los! Die Auktionshalle füllt sich bereits mit potenziellen Bietern. Auch frühere Verkäufer von Bares für Rares sind darunter. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was viele Leute kommen. Aber ich denke schon, dass Geld nicht kommen. Ne, ich verspreche mir schon was. Welcher Händler trifft eher den Geschmack des Publikums? Sind es die großen Objekte von Walter? Also ich werde den Lucky heute auf jeden Fall schlagen. So sagt es mein Bauchgefühl. Alle Objekte sind vorher in einem Katalog aufgelistet worden und können jetzt von den Kaufinteressierten überprüft werden. Wenn es noch der Ware geht, ja, dann müsste ich gewinnen. Die Option startet mit Ludwigs Ausbeute. Ludwigs Schmuckstück, jetzt seht ihr los. Möchtest du noch mal letzte Worte an das Bieterfolg richten? Ja, ich möchte nur sagen, gebt's was aus, langt's rein. Es kommen nur originale, gute Sachen. Das lege ich euch ans Herz. Wolfgang, gib Gala, haut das Ding raus. Ich werde mich bemühen. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit dem ersten Exponat. Eine Öllampe aus Messing. Die hat eine Höhe von 43 cm. Der Durchmesser ist 37 cm. Die gehört eigentlich so. Und zwar in der Kirche das ewige Licht. Noch ist das Publikum zurückhaltend. Die Zeit wurde geschätzt circa um 1860. Bei uns ohne Limit ein Gebot von Ihrer Seite. Was bieten Sie mir? Wie viel? 30 Euro sind geboten. Wer bietet 50 für dieses wunderschöne Exponat? In kleinen Schritten kommt die Auktion in Gang. Die kosten normalerweise 500 Euro. 120, 140 sind geboten. Wer bietet 160? Dann 140 zum ersten, 140 zum zweiten, zum dritten. Bieternummer bitte schön, Verkauf, Bieternummer 65. Der Wolfgang macht das ganz gut. Der hat das einfach super gemacht. Der hat immer noch ein bisschen mehr, aber das hast du nicht rauslocken können. Die wollten vom Sachsgeld nicht raus tun. Zurückhalten, zurückhalten. Ich weiß nicht, an was das liegt. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier um ein getriebenes Tablett. Wer bietet mir denn 300 Euro als erstes? Sind geboten. Die Auktion läuft ohne Mindestgebot. Der Auktionator versucht möglichst hohe Gebote hervorzulocken. 400 sind geboten. 450 die Dame. Wer bietet 500? Meine Damen und Herren, kostet 1000 Euro. So was kriegen sie nie wieder. 450 ganz hinten zum ersten, 450 zum zweiten. Ist was wirklich schönes. Wer bietet 500 Euro? Da muss doch jeder mal die Hand heben. Wenn es ein Tausender kostet. Ist das nicht schön? Wenn man Champagner anbietet für seine Gäste. Reines 800er Silber. Von 1880. Sie ärgern sich, wenn Sie das nicht mitnehmen. Ich sag's Ihnen. 450 zum ersten, 450 zum zweiten und 460 zum dritten verkauft. Jetzt ist es zu spät. Bieter Nummer 7. Schlag auf Schlag geht's weiter. Auf geht's, meine Damen und Herren, für die Harmonie. Was bieten Sie mir dafür? Das chinesische Fabeltier. Was ist es den Bietern wert? Nichts. Dann weiter zur nächsten Position. Will das wirklich keiner haben? Wer bietet mir denn 100 Euro für diesen Hund? Dann 100 zum ersten, 100 zum zweiten, zum dritten. Ein Verlustgeschäft. Das war anders geplant. Entweder haben Sie das nicht gekannt. So eine Größe mit Rosenquartz. Das findest du überhaupt nicht mehr. Von Brasilien ist der gekommen. Einmaliges Sticker kostet eine kleine Kugel, eine Billardkugel in Rosenquartz. Kostet schon 300 Euro. Dann krieg ich dafür für drei, vier Kilo. Ein Hunderter. Ja, was soll ich da noch dazu sagen? Da brauch ich nichts mehr sagen. Das ist jetzt ein Spucknapf für einen Auktionator, wenn er Galle spuckt. Schön tief. Eine wunderschöne Schale aus 925er Stirling Silber. Das ist somit unter das feinste Silber, wo verarbeitet wird. 925 Tausendstel Silbergehalt. Das Gewicht ist 455 Gramm. Jetzt können Sie sich wieder ausrechnen. Der Silberwert ist schon 230 Euro. Wer bietet 240? 240 sind geboten. Wer bietet 60? 260. Dann 240 zum Ersten. 240 zum Zweiten. Wer bietet noch 250? 240 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft für die Bieternummer 17. Schlecht für Ludwig. Unter Wert verkauft. 250 ist ein Anfang. Ein Applaus, bitte schön. Das erste Gebot 250. Da fällt Ihnen gleich die Bieternummer aus der Hand bei diesen Beträgen. Ich weiß schon. Die Restauration kostet schätze ich 50 bis 80 Euro. Dann sind die Finger wieder dran. Und dann haben Sie ein Ding, das über 1000 Euro wert ist. Wer bietet mehr? 250 zum Ersten. 250 zum Zweiten. Wer bietet mir noch 300 Euro dafür? Niemand? Dann sollen Sie ihn kriegen. 250 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft an die Bieternummer 25. Ludwig, geh dich beruhigen. Komm her, sei nicht böse auf die Leute. Die können nichts dafür. Die wollen nur einen Schnapper machen. Tu es dir mir gefallen, wenn du hinten reingehst. Schick mir den Waldi. Sag aber nichts. Tu einfach, als wenn alles gut ist. Alles klar. Ja. So, Waldir, das spitzenmäßige Laufen ist hier. Ja, sensationell. Die bieten wie doll. Die wollen alles und alles und alles kaufen. Ja, ist das schön. Und er ist in Hochform. Ich habe noch nie gesehen, wie der ... Also, der ... Ja, der redet relativ viel heute. Wolfgang zieht's durch. Ja, ja. So, Wolfgang, wir wären so weit. Meine Damen und Herren, ich stelle vor, einen Nähtisch aus der Zeit. 40 sind geboten. Wer bietet 50? 50 sind geboten. Wer bietet 60? Wer bietet noch ... Was haben Sie geboten? 50? So viel. Wieso so viel? 60 zum Ersten, 60 zum Zweiten. Wer legt noch einen Zehner drauf? Und 70 sind ... 80. Madame, Ihr erstes Gebot. Ja. Das war's. Es freut mich ganz sehr. Sie haben gesagt, wenn du nicht Geld genug hast, dann leid ich dir was. Oh, das ist aber nett. Denn auch heute gilt Bares für Rares. Nach der Auktion müssen die ersteigerten Objekte direkt bezahlt werden. Und 100 Euro zum Dritten. Zeigen Sie Ihre Bieter nochmal. Gratuliere. 13. Das fängt doch schon mal gut an. Die nächste große Hoffnung für Waldi ist seine Bahnhofsbank. Wer bietet 450? 450 sind geboten. Wer bietet noch 500 Euro? Die Dame. 500 sind geboten. Das ist ja das höchste Gebot am heutigen Tag, du lieber Gott. Wer bietet noch 550? Sollen wir die Bank einmal hochheben, um den Preis hochzuheben? Meine Damen und Herren, das ist ein Original aus der Zeit. Um 1900. Sowas hat doch kein Mensch zu Hause. Kostet normalerweise weit über 1.000. Glauben Sie mir. Wer bietet 550 Euro? Dann 500 Euro zum Ersten. 500 Euro zum Zweiten. Und wer bietet noch 520? Letzte Chance. Und 500 Euro zum Dritten. Verkauf deine Herrschaft. Bieter Nummer, bitte schön. Zeigen Sie die Nummer. Die Bieter Nummer 20. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist ein altes gusseisernes Kreuz. Meiner Meinung nach ist das ein altes Wegekreuz. Und ich fange jetzt hier an bei einem Gebot von Ihrer Seite. Wird Valdi auch hier Gewinn machen? 150 zum Ersten, 150 zum Zweiten. Wer bietet 200 dafür? Dann 150 zum Ersten, zum Zweiten und letzte Chance zum Dritten. Jetzt gehört es Ihnen. Halten Sie die Nummer hoch, Madame. Bieter Nummer 13. Das sind zwei Krücken aus dem Ersten Weltkrieg. Meine Damen und Herren, das sind originale Zaunelemente. Da müssen Sie zuschlagen. 200 zum Ersten, 200 zum Zweiten. Wollt der Herr noch 250 bieten? Die Frau schubst. Sie müssen nur die Hand heben. Sind geboten. Sehr gut. 250 sind geboten. Wer bietet noch 300? 300 sind geboten. Wer bietet 350? Dann 300 für sechs Zaunelemente zum Ersten. 300 Euro zum Zweiten. Und 320 sind geboten. Jetzt kommt das private Taschengeld aus seiner Tasche raus. Ja, jetzt wird es interessant. 320 sind geboten zum Ersten. 320 zum Zweiten. Wer bietet 350? Und 320 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft für die Bieter Nummer 31. Also meine Zaunelemente, da hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, weil du ein super Tor daraus machen kannst. Aber es ist okay. Das ist Metall und das hätte auch voll in die Hose gehen können mit dem Milumpe. Aber das tut die Jungen und die wissen, was sie damit machen. Normal wäre da viel mehr wert gewesen. Aber auch mit Kleinigkeiten muss man zufrieden sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt kommt das Heiß. Das Highlight kommt. Ich bin ja selten sprachlos. Kommt das Ding hier hin? Ja, selbstverständlich. Hand nach oben. Wer hat ein Installationsunternehmen zu Hause? Wer möchte ein Installationsunternehmen aufmachen in nächster Zukunft? Sehen Sie? Ja, was machen wir denn hier, Horst? Ja, also ich war von ersten Sekunden an begeistert, als er mir gezeigt hat. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie ich dieses Ding an den Mann bringen soll. Ich glaube, Horst, da können wir alle unterschreiben. Das hat keinen Wert. Aber wer bietet mir denn 500 Euro für diese Auslauf-Armatur? Wenigstens bringen Sie zum Lachen. Das ist doch auch wichtig, oder? Wie bringe ich das nach Hause? Ja, das machen wir. Ja. Ist kein Scherz. 500 Euro. Das letzte Objekt entscheidet das Händler-Duell. Wenn überhaupt jemand den Wasserhahn haben möchte. 100 Euro sind geboten. Wer bietet mehr? Aber jetzt auf geht's, Monsieur. Jetzt haben Sie mich herausgefordert. 150. Wer bietet 200? Sie müssen nur so machen. Komm, auf geht's. 77 ist meine Glückszahl. 200 sind geboten. Wer bietet 250? 250 sind geboten. Wer bietet 300? 250 hinten zum Ersten. 250 zum Zweiten. Wer bietet 300 dafür? Du darfst nicht. Ich weiß, wie du das gehst. 250 zum Ersten. 250 zum Zweiten. Und letzte Chance. 300 sind geboten. Ich bedanke mich bei dem Herrn in der ersten Reihe. Wer bietet 350? 320. 320. Jetzt werden schon kleinere Schritte. 320 hinten zum Ersten. 320 zum Zweiten. Monsieur in der ersten Reihe. 330 sind geboten. Bietet jemand 331 noch? Ein Beat-Gefecht bahnt sich an. Zu Waldis vollster Zufriedenheit. 370 zum Ersten. 370. 370. 380 sind geboten. 380 zum Ersten. 380 zum Zweiten. Und 390 sind geboten. 390 zum Ersten. 390 zum Zweiten. Und 400 sind geboten. Jawoll. 400 zum Ersten. 400 zum Zweiten. Jetzt hören Sie aber auf, oder? Der bietet noch weiter. 410 sind geboten. Jetzt müsste noch ein Dritter einsteigen. Das wäre cool. 410 zum Ersten. 410 zum Zweiten. 415. 415 sind geboten. 415 zum Ersten. 415 zum Zweiten. 420 sind geboten. 420 in der ersten Reihe zum Ersten. 420 zum Zweiten. Und 420 zum... 425. 425 zum Ersten. Meine Stimme, die ist morgen tot. Ich schwör's Ihnen. 425 zum Ersten. 430 in der ersten Reihe. 430 zum Ersten. 430 zum Zweiten. Und 430 zum... 400... Warum so hohe Schritte, Madame? Gleich 20 Euro Schritte. Was ist mit Ihnen los? Sitzt das Geld so locker? 450 zum Ersten. Zum Zweiten. Und 460 sind geboten. Dann 460 zum Ersten. 460 zum Zweiten. Und 460 zum... Ihr habt keine Lust mehr. Hälter! Wow! Wieder Nummer 77. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Waldi hatte den richtigen Riecher. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, meine Damen und Herren. Der Transport gilt nur für die hinteren beiden. Keine Sorge, das machen wir schon. Ja, ich finde den Wasserhahn sehr, sehr schön, sehr gut. Und er passt unheimlich schön in unseren Garten. Und da werden wir den installieren. Ich habe im Großen und Ganzen, möchte ich sagen, ich habe mir schon ein bisschen mehr gehofft. Aber so war ich zufrieden. Die Leute waren glücklich, die haben Schnapper gemacht, sind zufrieden, gingen zufrieden nach Hause. Und dann muss ich sagen, ein Baum frei. Also Wolfgang, ganz ehrlich, heute war für mich die beste Versteigerung meines Lebens. Ich habe gesehen, wie du die Leute herangetrieben hast. Da vorne dieses Bieter-Gefecht. Ich war hin und weg. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wann was passiert ist. Ich weiß nur eins. Ludwig war eine ganze Zeit lang nah an den Tränen. Der war auch kurz davor, dass er ins Publikum reinstürmt und wollte gucken, ob die Karten überhaupt hochgehen. Wie sieht es denn aus? Was hat Ludwig gebracht? Also ich habe zusammengezählt und Ludwig, du hast heute gemacht 1.190 Euro. Ein Applaus, bitteschön. Ja, das ist aber schon eine ganze Menge. Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich nicht. Gratuliere. Super, Ludwig. Ja. So, aber jetzt war ja bei Valdi so ein paar Sachen, wo ich vorher schon gesagt habe, Valdi, dummene Falle, mach das nicht. Kauf nicht diesen schwachsinnigen Wasserhahn. Und ausgerechnet der bringt natürlich... Ja, jetzt fange ich nicht wieder an zu... Und jetzt geht der hier ab. Wo ist Valdi denn rausgekommen zum Schluss? Weißt du, wir sind in Köln. Da sind die Leute ein bisschen Jeck, würde ich sagen. Stimmt. Wie die Österreicher das ab und zu sagen dürfen. Und der Walter hat heute gemacht 1.530 Euro. Gratuliere. Gratuliere. Respekt. Das war der Wasserhahn. Der reißt mich raus. Also die Kohle jetzt, die ich gekriegt habe, und natürlich dem Lookdesigner auch. Da kommt ja jetzt ein Sümmchen zusammen. Und das stifte ich den Würmsches Bäder aus Wesseling. Die machen viel Gewässerschutz und Schutzgebiete machen die. Und da bin ich auch mit Leib und Seele dabei. Und die können das gut gebrauchen. Und super finde ich das. Ich sage Dankeschön nicht nur an die Gäste hier, die mitgesteigert haben. An Valdi, der großartiges Geistert. An Ludwig, der unersetzlich ist. Und unseren Wolfgang Pauritsch, wo niemand hätte eine Versteigerung besser machen können wie er. Das ist mein Herz. Und Ihnen Dankeschön zu Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gratulation.